So, und da geht's auch schon weiter. Wir haben jetzt nur fünf Leute, die warten. Dadurch wird's wohl schneller gehen. Ich hoffe es natürlich. Und dass es mit den Erfahrungspunkten passt, mit der Zeit, die ich mir so ausgerettet habe. Dass wir drei Runs machen können. Machbar müsste sein, ich so an die Augen. What the fuck? Nee. Könnte vergessen. Schicken sie mich natürlich ganz allein in den Dungeoner, ist aber verarschen. Ja genau, willkommen in der Schmiede. Kannst du das nicht selber? So, Expert und los. Natürlich eher alleine. Soll ich noch fertig werden? Wir wollen hier leveln und nicht... Was anderes. So eine 3x60er, Leute, wäre jetzt auch nicht schlecht. Jeder macht seine Ulti und dann geht's los. Mann. Und auf einmal will keiner, toll. Ist echt toll, sowas. Leute, kommt da jetzt mal. Hm. Leute, kommt da jetzt mal. Und woher jetzt sind es schon mal drei. Na los jetzt. 34, 8, 42, 50. 58, naja es wird doch noch klappen. Sollten die sich jetzt aber mal beeilen. Sollten die sich wieder alleine reinrennen oder was? Okay mit rein geht auch. Los, jetzt bin ich hier unter der Stecks in der Gruppe. Na los jetzt. Sollte. 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 Wunderbar. Kann er jetzt wirklich noch mal lange dauern? Na komm So, Pound So, na komm, geh down, wunderbar, so Und fliegt runter, Mensch Der erste ist schon unten, der ist freiwillig gemacht, so Nein, jetzt fahr ich auch noch selber Wunderbar, jetzt ist er auch da So So, mach schnell weg, oh Gott, die vier hier So, komm Ja, 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 komm So, die auch noch Wunderbar Hm So, da haben wir dann auch schon Silbergiste, die lassen echt eine Silbergiste liegen So, guck nur real und Wache So, auf mich einzugreifen So, schnell wieder Aber ich glaube, ein paar weniger Hier sieht's genauso aus, also meine Inventare sind derzeit ein bisschen voll Mein L-Spot hat ja auch einige Boss-Tops wiedergekriegt heute Schon mal eine schlecht war So 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 So, und okay Team, das brauche ich bloß noch schnell, kommt eins, zwei und drei, kann ich nicht für die Exzone gut nutzen. So, und gleich wieder mal durch den ganzen Dungeon rotzen. Oh ja, der kriegt ja mal alles ab. So, da hast er. So, supi, 256, yay. Tja, habe ich es nicht gesagt, oder habe ich es gesagt? Hm. So, und weiter. Da kommt. Was ist das für ein Viechweißer, Kristallsucher? Lol. Es war bis so unnötig, aber... wir würden es noch mitles beschleunigen, hier. inationsst impiepro Podcast wird so unnötig, aber... wir wollen es noch bisschen beschleunigen, hier. Bis zum nächsten Mal. Echt nie, Kommandant, lol. Mal was, was ich noch nicht hab. So, mach doch mal den Machtbooster gleich dazu. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's für heute. Ja, das hat doch abgezogen, richtig? Meine Güte. Ja, ja, komm 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 komm. Ja, wunderbar. Und down ist er. Hm, naja, Kraft ist eine Sache für sich. Zwei Sorgisten, wunderbar. Und wie ich sagte, richtig schön Kohle. Und ne Menge Erfahrungspunkte. So, mit zweimal durfte ich schon fast an die 80 haben. Oh, ich schätze, Kraftwellmets wurde vielleicht eine Millionerfangsmodel gräben. Aber sicher bin ich mir da noch nicht. So, gleich weitermachen. Denn das wird sonst ne ganz knappe Geschichte. Ja, aber, na passt das doch. So, und klar, dann geht's auch gleich weiter.